Ach, ist das schön. Aber genug der Pause. Wir haben zu tun, Freunde. Ich habe nur zwei Traktoren. Ha ha ha. Ha ha ha. So, Freunde. Ich muss, obwohl ich will oder nicht. Tralafit und Tralafat. So. Ähm. So, das muss alles so. Weg. Alles klar. Ich habe nur einen. Nein, ich habe zwei Saatmaschinen. Habe ich die zweite Saatmaschine noch? Sag mal. Ich hatte doch zwei Saatmaschinen. Hervorragend. Hervorragend. Jetzt ist meine Frage, kann die hier Gras? Verdammt. Ich habe die erste Saatmaschinen. Ich habe ja, man kann mich auf diesen Saatmaschinen. Der Ausdai. Hier ist mein Schwert. Der Ausdai. Du bist der Ausdai. Der Ausdai. Direktor. Ja. Ich habe mich auf das Säatmaschinen. Ich habe die Säatmaschinen. Ich habe die Säatmaschinen. Natürlich nicht. Äh, hab ich den Mais ab, hab ich den Maisschneider noch? Habe ich auch nicht mehr, ne? Ne. Habe ich nicht mehr. Das ist Mist. Das Feld muss ich aber erst grubbern. Ach, das ist doch eklig. Warum habe ich keinen Grubber? Weil ich den weggetan habe. Deshalb, ja, ist halt so. Was ist denn das doch? Das ist doch ein Grubber. Ne, gar nicht wahr. Das ist, äh. Doch, klar ist das ein Grubber. Das ist doch ein Grubber. Ja, ich mache es manchmal so, weil ein echter Landwirt teleportiert sich auch nicht in seine Fahrzeuge. Wenn die gerade nah beieinander stehen, dann kann man da beruhigen und machen. Alter, ein bisschen Batterie sparen würde ich mal sagen. Ist das ein Grubber? Klar ist das ein Grubber, Alter. Alter. Geh da aus dem Weg. Geh da aus dem Weg. Geh da aus dem Weg. Parallel arbeiten. So, dann haben wir nämlich schon mal... Kein Grasproblem mehr. Das Unkraut muss weg. Mach ich gleich. Gut. Dann ist das erstmal die Arbeit des Tages. Ja, ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass das hier gerade totaler Murks ist, was ich hier mache. Sorry, das war mein Lenkrad. Kann ich mal besser lange Bahn fahren, weißt du. Und ich weiß auch, dass das hier auch gerade eine sehr kritische Angelegenheit ist. Weil ich will mir ja nicht selber das Feld wieder kaputt fahren. Alter. Was ist denn heute los, sag mal. Heute ist irgendwie... Heute ist das Ende aller Tage. So, weißt du was, das ist nur Gras. Das ist shit egal, wie ich hier fahre. Ich lege mir eine Wiese an, verdammt. So, fahre ich hier in Wechsellinien. Was soll's. Was soll der Geiz. So, back to the roots. Wir sind früher auch schon gefahren. Und derzeit kann er da nämlich in Ruhe grubbern und dann nimmt er sich die andere Saatmaschine. Und dann packt er da, ich hab keine Ahnung, Mais drauf oder? Nee, ich hab ja kein Maisdings mehr. Dann packt er da, ach was weiß ich, Sojabohnen drauf. Boah, fertig. Ach ja, Freunde, es ist alles nicht so leicht. Chaoslandwirt hier. So, Hauptsache die Saat ist ausgebracht. So. Ja schön. Schmeißen wir da gleich noch Gift drauf. Das ist gut fürs Gras, weißt du. So. Schmeißen wir da gleich noch Gift drauf. Ich weiß, jeder Landwirt schlägt grad die Hände über dem Kopf zusammen. Oh du. Das ist dann so. Da kann nicht jeder mit üben. Lecker hart. So. Dann habe ich hier nämlich immer Futternachschub. Mein Gras wächst ja ständig. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Wiese ist ne Wiese. Ich hör die Schafe blöken. Blöck. Ich hab die Schafe blöken. Ich kann mich nicht mehr so leicht machen. Ich hab die Schafe blöken. Ich habe gerade gesagt, ich bin ein paar Schafe blöken. Ah, Alter. Käpt'n Kurbel. Er kurbelt am Lenkrad. Er kommt von Weitem übers Meer und bringt uns WC frisch hierher. Für uns hat er die halbe Welt bescheißt. Yay. Käpt'n Klo-Stein. Warte mal, was ist das eigentlich, wenn ich hier drüber fahre? Sät der hier dann was aus? Jetzt haben wir noch ein Stück Feld, ne? Oh. So, dann fahren wir jetzt hier so ein bisschen. So, schön. Wollen wir noch was drüber sehen? Das war es erst mal, ne? So, da vorne noch was. Jut. Habe ich die Seilmaschine zugeklappt? Warum? Waaah. Waaah. So, da vorne ist noch was. Da ist auch noch ne Spur. Da fahr' ich auch noch eben drüber. So, da müsste jetzt eigentlich überall schön Gras-Samen sein, oder? So, ich hab' ich gesehen, da vorne war auch noch ein Stück. So, wo war das denn jetzt? Da muss doch jeden Moment kommen, wenn wir. So, da war auch noch was. So, hier noch einmal schön drüber. Und dann da noch einmal schön drüber. So, super. Dann kann ich die erst mal wieder wegbringen. Ich stelle den Murks erst mal einfach hier so hin. Äh. So. Steigen. Einfach mal so kurz in der Gegend rumrennen, weil ich muss ja da hin. Schaff' ich das von der Spannweite hier mit einer Ladung? Ach, das wär' ja schon genial, ne? Ne, dat wird nix. Das ist mehr als eine Ladung. Schaff' ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, schade, ich steh falsch. So, muss auf Gras, Dünger drauf. Ach, das habe ich jetzt mit ausgebracht, ne? Das ist ja mein Kombigerät gewesen. Ja, das erfordert viel Können. Viel Augenmaß, was er nicht hat, was er aber gerne hätte. Alter, das wird doch so nix. Das ist ja gut, ne? Okay, okay, okay. Das wird nix. Ich fahre voll aufs Feld. Doppelt hält besser. Mach aus. So. Ja, das Feld ist halt. Hm. Ist komisch, ne? Ja, ja, benötigt Kalk. Aber ich habe Kalk abgeschaltet, Mann. Hä? Wieso zeigt er mir das Gras nicht an? Aha. Siehste? Ja. 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 Alles klar. Dann soll der mal wachsen, ne? Gut, der kleine Fiat hier können wir auch mal sauber machen, oder? Oh, geht noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Brauche ich das gerade? Äh, brauche ich nicht. So, er grubbert da hinten noch fleißig. Dann kann der Traktor auch die Aussaat machen. Dann macht er hier erstmal... Dann kann er sich erstmal seinen pinken Klotz wieder. So, sehr schön. Dann haben wir das doch auch erstmal. Wunderbar. Ja. Ja.